Angesichts der jüngsten Wirtschaftszahlen fragen sich sehr viele, sind wir endgültig in eine Ära der Stagnation eingetreten? Gehört das Wachstum von Wirtschaft und Wohlstand endgültig der Vergangenheit an? Um diese sehr berechtigten Fragen zu beantworten, müssen wir heute ein wenig in die Geschichte eintauchen. Denn die Antworten, die sich daraus am Ende dieses Videos ergeben, werden viele von euch überraschen. Aber eins nach dem anderen. Am 23. Dezember 1947 präsentierten Wissenschaftler der Bell Labs eine Erfindung, die die Geschichte der Menschheit für immer verändern sollte. Den Transistor. Transistoren sind elektronische Bauteile, die elektrische Ströme steuern und regeln können. Damit sind sie so etwas wie Schalter, die aber nicht manuell, sondern durch elektrische Signale aktiviert werden. Das mag euch jetzt vielleicht nicht wie eine große Sache vorkommen, nur wie eine Erfindung unter Tausenden. Aber tatsächlich haben Transistoren die Elektrotechnik revolutioniert und sind aus modernen Geräten nicht mehr wegzudenken. Lasst mich das erklären. Wie viele von euch bereits wissen, funktionieren Computer, Handys und viele andere elektronische Geräte auf der Basis von Binärcodes. Einer Sprache, die nur zwei Symbole kennt, 1 und 0. Oder mit anderen Worten, an und aus. Etwas, was man mit einem Transistor perfekt abbilden kann, da auch dieser perfekt zwei diskrete Zustände repräsentieren kann. Schalter an oder Schalter aus? Im Prinzip macht ein klassischer Computer nichts anderes. Er ist eine Maschine, die binärcodierte Symbole regelbasiert transformiert. Deshalb gilt, je mehr Transistoren ein Computer hat, desto mehr Daten im Binärcode kann er verarbeiten und desto leistungsfähiger ist er. Bevor es Transistoren gab, nahmen Computer ganze Räume ein. Auch mit den ersten Transistoren waren sie aber noch sehr groß. Doch die Transistoren wurden schnell immer kleiner, und damit auch die Computer. Und das Beste daran, sie wurden immer kleiner bei steigender Leistung. Denn je kleinere Transistoren man bauen kann, desto geringer ist der elektrische Widerstand in ihren Leitungen. Und desto weniger Strom braucht man, um sie zu betreiben, was wiederum zu einer geringeren Abwärme pro Operation führt. Und wenn Transistoren nicht zu heiß werden, kann man mehr von ihnen auf kleinerem Raum unterbringen, ohne dass sie sich gegenseitig verbrutzeln. So wurde es möglich, ihre Schaltkreise auf kleine Chips zu integrieren, die dann auch immer kleiner wurden, obwohl sie mehr und mehr Transistoren enthielten. Tatsächlich sind heutige Transistoren so winzig, dass selbst 20.000 von ihnen zusammen immer noch kleiner sind als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Allein im Prozessor eines normalen Smartphones sind 15 bis 20 Milliarden Transistoren verbaut. Klingt toll, nicht wahr? Aber warum erzählen wir euch das alles überhaupt? Was hat das alles mit der Wirtschaft zu tun? Nun, klar ist zunächst mal, die Verkleinerung der Transistoren stellte in den vergangenen Jahren einen enormen technischen Fortschritt dar. Genauer gesagt hat sich die Anzahl der Transistoren pro Prozessor alle zwei Jahre verdoppelt. Mit anderen Worten, die Rechenleistung unserer Geräte hat bis heute exponentiell zugenommen. Dieses exponentielle Wachstum ist als Moosches Gesetz bekannt und wurde bisher perfekt erfüllt. Allerdings gibt es ein Problem. Die Physik hat ihre Grenzen. Irgendwann werden Transistoren so klein sein, dass sie einfach nicht mehr kleiner gemacht werden können. Man wird kaum in der Lage sein, Transistoren auf subatomarer Ebene herzustellen, so dass das Moosche Gesetz offensichtlich Grenzen hat. Und ich fürchte, dass diese Zeit nach Meinung einiger Experten bereits vor der Tür steht. Nvidia-CEO Jensen Wang meint zur Rechtfertigung von Preiserhöhungen, das Moosche Gesetz ist tot. Wenn der Nvidia-CEO hier recht hat, wird sich der enorme Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte massiv verlangsamen. Zumindest dann, wenn nicht plötzlich neue, bahnbrechende Innovationen auftauchen sollten. Und denken wir mal über den Tellerrand hinaus. Weniger Innovation bedeutet weniger Wirtschaftswachstum, sowohl qualitativ als auch qualitativ. Also was verkaufte Stückzahlen angeht. Ohne weitere bahnbrechende Innovationen könnte der Technologiesektor bald so schnell bzw. langsam fortschreiten, wie sonst althergebrachte Branchen auch. Aber ist das nur ein Problem für die Technologieunternehmen? Ich meine, Nvidia eilt ja von einem Rekord zum anderen an der Börse. Könnte es nicht eher sein, dass der Tod des Mooschen Gesetzes ein Riesenproblem für die ganze Wirtschaft darstellt? Ist es möglich, dass sich dadurch die Innovation der Gesamtwirtschaft verlangsamt? Ich meine, immerhin benutzt man IT heute für praktisch alles. Überall, wo man die Produktivität erhöhen will, wird digitalisiert. Stößt das Wachstum der Produktivität und der Wirtschaft insgesamt durch diesen und andere Faktoren also an seine Grenzen? Nun, tatsächlich gibt es eine Menge Daten, die genau darauf hindeuten. Ähnlich wie beim Mooschen Gesetz war die Produktivität in den großen Volkswirtschaften der Welt seit der Industriellen Revolution exponentiell gewachsen, immer höher und höher auf nie geahnte Ausmaße. In den 1980er Jahren änderte sich jedoch etwas. Seitdem schien sich die wirtschaftliche Entwicklung plötzlich zu verlangsamen und man beobachtete, bescheidenere Wachstumsraten als zuvor üblich gewesen waren. Es ist einfach eine Tatsache. Die Weltwirtschaft verlangsamt sich. Und das schon seit mehr als 40 Jahren. Ist es also möglich, dass wir uns einer Art physikalischen Grenze für wirtschaftliches Wachstum nähern, wie es bei Transistoren der Fall ist? Gibt es da noch andere Gesetzmäßigkeiten, die uns vielleicht nicht so gut bekannt sind? Sind wir von nun an dazu verdammt, wirtschaftlich zu stagnieren? Und können wir etwas gegen den Rückgang von Innovation und Produktivität in unseren Gesellschaften tun? Um all diese Fragen wird es in diesem Video gehen. Eines kann ich Euch jedoch schon jetzt empfehlen. Schnallt Euch lieber gut an, denn eine langfristige Stagnation von Innovation und Produktivität wäre alles andere als ein Zuckerschlecken für uns alle. Und bevor wir loslegen, müssen wir Euch noch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Es ist Surfshark. Denn Surfshark ist ein wirklich empfehlenswertes, sicheres und vertrauenswürdiges VPN. Natürlich kann ein Virtual Private Network, kurz VPN, einen nicht vor allen Gefahren schützen, die ihn jetzt lauern. Man muss nach wie vor Umsicht lassen und wissen, was man tut. Aber es stellt hierfür ein Werkzeug mit gleich mehreren Vorteilen dar. Zum einen erschwert es in Kombination mit anderen Vorkehrungen, Eure Aktionen im Netz nachzuverfolgen und abzuhören. Mit Hilfe verschiedener Sicherheitsfeatures könnt Ihr so Eure Anonymität im Netz erhöhen. Zum Beispiel mit dem integrierten Clean-Web, das alle unerwünschten Cookies und Popups blockt. Weiterer Vorteil eines VPN ist, dass Ihr so tun könnt, als wärt Ihr an einem anderen Ort. So könnt Ihr zum Beispiel auf Websites und Internetdienste zugreifen, die im Land, in dem Ihr gerade seid, nicht verfügbar wären, ob daheim oder im Urlaub. Damit schlagt der Zensur und Geoblocking ein Schnippchen. Netflix und andere Streamingdienste, die ihre Inhalte nur den USA anbieten, von Europa ausnutzen? Oder deutsches Internetfernsehen im Ausland gucken? Mit Surfshark kein Problem. Aber das ist noch lange nicht alles. Denn mit nur einem Surfshark-Kontor könnt Ihr wirklich alle Eure Endgeräte im VPN registrieren. Handys, Notebooks oder sogar Euren Smart-TV. So, und für VisualEconomik-Zuschauer hat Surfshark sogar ein ganz besonderes Angebot auf Lager. Wenn Ihr den Rabattcode economic.de angebt, bekommt Ihr von Surfshark einen Rabatt in Höhe von sage und schreibe 83% und oben noch in den ersten drei Monaten gratis dazu. Den Link zum Angebot findet Ihr wie immer in der Videobeschreibung. Also, nichts wie los, besorgt euch Surfshark und greift damit auch gleichzeitig uns finanziell unter die Arme. Das könnt Ihr übrigens auch direkt mit Hilfe des Spendenlinks, den ich Euch ebenfalls in die Videobeschreibung gepackt habe. Wir sind Euch für jede Unterstützung dankbar, denn damit helft Ihr uns, Euch in Zukunft noch mehr und noch bessere Videos zu liefern. So, und nun zurück zur Beantwortung unserer brennenden Frage, ob wir uns unweigerlich einer physischen Grenze der Innovation und des Wirtschaftswachstums nähern. Also aufgepasst! Beginnen wir mit der Frage, warum die Produktivität seit den 1980er Jahren viel langsamer als üblich gestiegen ist. Nun, es gibt dafür mehrere mögliche Erklärungen. Die erste lautet, dass uns schlicht und ergreifend die Ideen ausgehen. Es wird immer schwieriger, Neues zu entdecken und bahnbrechende Innovationen zu entwickeln. In den 70er Jahren kostete die Erfüllung des Murschen Gesetzes bei den Transistoren nur ein Fünfzehntel von dem, was sie heute kostet. Der rechnerische Fortschritt war also 15 mal einfacher als heute. Und das ergibt ja auch Sinn. Um immer kleinere Transistoren zu bauen, werden immer fortschrittlichere und aufwendigere Technologien benötigt. Aber das ist nicht nur ein technisches Problem. Denn dadurch verlangsamt sich auch das Wirtschaftswachstum. Wir haben es hier mit einem festen Muster zu tun. In der Geschichte sind immer wieder bestimmte Schlüsseltechnologien aufgetreten, die einen Wirtschaftsboom einleiteten, bis ihr Potenzial wieder ausgeschöpft war. So war es zum Beispiel bei der Dampfmaschine, bei der Elektrizität und so war es auch beim Computer und beim Internet. Inzwischen liegt die Einführung der letzten großen Schlüsseltechnologie des Internets aber schon einige Jahrzehnte zurück. Wir befinden uns zwar noch in einer Phase, in der man dieses technologische Potenzial ausbeutet, aber wie lange wird das noch gehen? Dass sich die Entwicklung schon verlangsamt, haben wir bereits angedeutet. Aber schlimmer noch, man hatte inzwischen fast schon das Gefühl, als wären bereits alle Schlüsseltechnologien erfunden worden. Natürlich kommen jetzt viele und führen die neuesten Durchbrüche bei der künstlichen Intelligenz an. Aber auch hier werden wir sehr bald an eine Art Obergrenze stoßen. Letztendlich handelt es sich auch bei ChatGPT nur um ein Sprachmodell, das auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von Wörtern das nächste Wort vorhersagen kann. Es ist nur ein Aggregator für das Wissen, dass man ihn einspeist. In diesem Fall das von der Menschheit erarbeitete und gesammelte Wissen in Schriftform. Diese Sprachmodelle sind nicht kreativ in dem Sinne, dass sie etwas Unbekanntes entdecken können. Außer durch das Verbinden bestehender statistischer Verhaltensweisen aus verschiedenen Wissensbereichen. Aber lasst uns dieses umfangreiche Thema lieber in einem separaten Video behandeln. Ja, ganz genau, wir haben da schon etwas ganz Besonderes in petto. Und ich kann euch versichern, wir sind bei der tieferen Analyse dieses Themas zu etwas anderen Schlüssen gelangt als der Mainstream oder gar die hochkarätigen Apokalyptiker. Zu Schlüssen, die viele vielleicht verblüffen werden. Also vergesst bitte nicht, VisualEconomik zu abonnieren. Unbedingt mit Glöckchen, um dieses interessante Video nicht zu verpassen. Aber zurück zu unserem heutigen Thema. Gibt es also nichts wirklich Neues mehr unter der Sonne? Ist dies das Ende der Geschichte? Nun, ganz bestimmt nicht. Es gibt auch nur bedingt Gründe anzunehmen, warum es relativ schwer geworden sein sollte, Innovation hervorzubringen. Fakt ist aber, dass wir in einem Umfeld leben, in dem sich kein neuer Umbruch abzeichnet. Warum dem so ist und welche anderen Aspekte wirtschaftlicher Stagnation wir sehen, werden wir jetzt genauer unter die Lupe nehmen. Zur Stagnation verdammt... Eine weitere Theorie zur wirtschaftlichen Stagnation fragt schlicht und einfach, was haben wir auch erwartet? Menschheitsgeschichtlich gesehen ist wirtschaftliche Stagnation nämlich der Normalfall. Diese Theorie besagt, dass das, was wir seit der industriellen Revolution erlebt haben, einfach eine riesige Ausnahme war. 97% ihrer Geschichte hat die Menschheit in Phasen der Stagnation bzw. solchen sehr geringen Wachstums gelebt. Um nicht gar von Phasen massiver Schrumpfung zu reden. Es stimmt, dass sich die Wirtschaft zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Orten wie z.B. im Römischen Reich verbessert hat. Diese Verbesserungen wurden später aber durch Phasen des Niedergangs, durch Epidemien und Kriege wieder zunichte gemacht. Aus historischer Sicht ist es daher normal, dass es wirtschaftlich nicht oder nur wenig aufwärts geht. Es gibt bessere und schlechtere Zeiten, das ist klar. Im Mittel ist aber nur ein schwaches Plus mit starken Einbrüchen zwischendrin zu beobachten. Deshalb könnte die enorme wirtschaftliche Expansion, die wir in den letzten 200 Jahren erlebt haben, nur eine vorübergehende Ausnahme gewesen sein. Wenn die Welt in eine Phase des Minimalwachstums eintrete, wäre das sozusagen eine Normalisierung von zuvor außergewöhnlichen Zuständen. Und das ergibt vielleicht noch mehr Sinn, wenn wir noch ein paar weitere Faktoren berücksichtigen, wie z.B. den demografischen Kollaps. Schaut euch doch einfach mal diese Grafik an. In Europa z.B. sinkt die Zahl an Geburten pro Frau seit langer Zeit rapide. Ähnliches gilt für die allermeisten entwickelten Regionen der Welt. Wenn sich dieser Trend nicht umkehrt, wird die Weltbevölkerung früher oder später anfangen, abzunehmen. Und welche Folgen wird dies haben? Nun, da es immer weniger Menschen gibt, wird es für Unternehmen schwieriger, in neue innovative Projekte zu investieren, weil sie nicht auf genügend Arbeitskräfte zählen können. Zudem bedeuten weniger Menschen auch kleinere Märkte, auf denen verkauft werden kann. Mit anderen Worten, Investitionen in Innovationen haben weniger Potenzial, sich auf dem Markt auszuzahlen, weil es eben weniger Verbraucher gibt. Und aus diesem Grund werden die Unternehmen immer weniger investieren und innovieren. Aber haltet euch fest, denn das Schlimmste kommt doch. Die abnehmende Demografie bringt eine viel ältere Gesellschaft mit sich. Wir werden immer mehr Ressourcen für die Sorgen des Alters aufwenden müssen. Gesundheitsversorgung, Pflegebedürftigkeit und Sozialhilfe. Ressourcen, die nicht mehr für junge Menschen oder für Investitionen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung zur Verfügung stehen werden. Und vielleicht können wir diese Entwicklung bereits direkt spüren. Führende Ökonomen wie Charles Goodhart und Philipp Erfurth gehen davon aus, dass die Realzinsen aufgrund der demografischen Alterung um bis zu drei Prozentpunkte steigen könnten. Und all das erklärt er Nachrichten wie diese. Chinas sinkende Geburtenrate bedroht das Wirtschaftswachstum Europa steht vor dem Albtraum einer alternden Bevölkerung und damit eines absoluten Kollapses. Das alles gilt für verschiedene Teile der Welt natürlich in verschiedenem Ausmaß. Gerade in den heute noch relativ wenig entwickelten Regionen ist noch viel wirtschaftliches Potenzial vorhanden. Und von diesem könnte in einer globalisierten Wirtschaft dann auch etwas für die entwickelte Welt abfallen. Doch auch dieses Potenzial hat seine Grenzen, zumal dafür enorme Mengen natürlicher Ressourcen benötigt werden, insbesondere Energie. Wenn wir jedoch die heute noch wenig entwickelte Welt auf das Niveau Europas oder der USA anheben würden, kämen wir auf einen Energieverbrauch der Menschheit, der mit heutigen Mitteln nur sehr schwer zu befriedigen wäre. In diesem Kontext darf man natürlich auch den Klimawandel und die ökologischen Krisen der Erde nicht vergessen. Durch diese werden noch erhebliche Risiken auf uns zukommen. Von der Vernichtung fruchtbarer Böden bis hin zu neuen Migrationsbewegungen. Das alles könnte die wirtschaftliche Entwicklung ebenfalls extrem dämpfen. Auch können Stagnationen und wirtschaftliche Probleme schnell zu selbstverstärkenden Effekten führen. Höhere Ressourcenkonkurrenz führt zum Beispiel schnell zu mehr Konflikten in der Welt. Dadurch verstärken sich schon heute absehbare geopolitische Spannungen, was wiederum zu mehr Militärausgaben und damit verbundenem Ressourcenverbrauch führt. Zumal Militärausgaben selbst nur bedingt volkswirtschaftlich produktiv sind, auch wenn sie schon zu manchen Innovationen geführt haben. Unterm Strich haben wir es aber mit einem ziemlich düsteren Bild zu tun, das diese Theorien zur wirtschaftlichen Zukunft zeichnen. Und man sollte dabei auch nicht vergessen, dass wirtschaftliche Stagnation nicht nur ein abstraktes Problem ist. Schon Adam Smith hat beobachtet, dass Menschen sich in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums und Prosperität im Schnitt deutlich zufriedener und glücklicher fühlen. Trotzdem, die Zukunft ist zwar ungewiss, aber auch offen. Man kann immer neu anfangen und Not macht bekannterweise auch erfinderisch. Außerdem gibt es gute Argumente dafür, dass es zumindest wirtschaftlich nicht zu dicke kommen muss. Vielleicht werden wir sogar das Gegenteil erleben. Also wollt ihr wissen, was die Argumente dafür sind? Dann aufgepasst! Ein Fünkchen Hoffnung Zu Beginn dieses Videos haben wir euch erzählt, dass die Ära des Moorschen Gesetzes bald zu Ende geht. Dieses besagt ja, dass unsere Rechenleistung ihre physikalischen Grenzen erreicht hat und dass es bald nicht mehr möglich sein wird, Transistoren kleiner zu machen als bisher. Aber wisst ihr was? Es ist nicht das erste Mal, dass der Tod des Moorschen Gesetzes verkündet wurde. Vor 10 bis 15 Jahren dachte man, dass Transistoren aus physikalischen Gründen nicht kleiner als 7 Nanometer sein könnten. Diese scheinbare physikalische Grenze wird jedoch bereits weit unterschritten. 3 Nanometer ist nah, aber ein Nanometer-Chip sind es auch. Liu Dehn, CEO von TSMC, erklärte auf der International Solid State Circus Conference, dass bei der Entwicklung von 3-Nanometer-Fotolithographie-Technologien alles reibungslos zu verlaufen scheint. Der technologische Fortschritt hat es möglich gemacht, eine physische Hürde nach der anderen zu überwinden. Und wie wurde dies erreicht? Nun, indem wir neue Prozessor-Architekturen entwerfen, neue Techniken erfinden und neue Wege entwickeln, um Transistoren auf kleinerem Raum unterzubringen. Aus all diesen Gründen hat Intel, der historische Marktführer auf dem Prozessormarkt, auf seiner Webseite mitgeteilt, dass das Moorsche Gesetz immer noch intakt sei. Außerdem teilte Moors ehemaliger Arbeitgeber auch mit, dass ein Ende des Gesetzes gar nicht in Sicht sei. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Anzahl der Transistoren pro Gerät weiterhin in dem von unseren Kunden geforderten Rhythmus zu verdoppeln. Das Moorsche Gesetz verliert nun dann seine Gültigkeit, wenn es keine Innovation mehr gibt. Aber die Innovation geht bei Intel unvermindert weiter. Klar, das klingt auch etwas nach Beschwichtigung. Aber es stimmt doch, so wie der Tod des Moorschen Gesetzes in der Vergangenheit mehrfach vorausgesagt wurde, so wurde auch der Tod des wirtschaftlichen Fortschritts vorausgesagt. Zum Beispiel behauptete der Wirtschaftswissenschaftler Alvin Hansen 1939 nach der Wirtschaftskrise, dass eine neue Wirtschaftsordnung bevorstehe. Die Phase von rasantem Wachstum und Wohlstandssteigerung des 19. Jahrhunderts sei vorbei und man stehe vor einer Phase langer Stagnation. Nun, ich muss Euch wohl nicht erzählen, dass Hansens Vorhersagen nicht eingetreten sind. Eher im Gegenteil. Nichtsdestotrotz, es könnte diesmal ja anders sein. Vielleicht wird mit dem demografischen Zusammenbruch, mit Klima- und Sozialkrisen sowie mit dem Ende der Ideen nun doch das Zeitalter der Stagnation hereinbrechen. Nun ja, auch wir bei VisualEconomik haben keine Glaskugel, um in die Zukunft zu schauen. Doch wir erkennen nicht, warum das ein Grund für Verzweiflung und Fatalismus sein sollte. Denn Fatalismus ist eine Entscheidung und man kann sich auch anders entscheiden. Man kann sich dazu entscheiden, etwas zu tun. Zum Beispiel kann man der demografischen Krise auf vielfältige Weise entgegenwirken. Dem entstehenden Arbeitermangel kann man etwa mit größerer Effizienz und mehr Automatisierung begegnen. Ohne hier tiefer in die Details einzutauchen, ein durchschnittliches S&P 500 Unternehmen braucht heute nur zwei Mitarbeiter, um inflationsbereinigt 1 Million Dollar zu erwirtschaften. In den 1980er Jahren hat es dazu noch 8 Mitarbeiter gebraucht. Darüber hinaus könnte man rein statistisch meinen, dass weniger Kinder zu bekommen bedeutet, dass auch weniger kluge Köpfe für neue Innovationen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig werden Familien mit weniger Kindern aber auch in der Lage sein, viel mehr in die Ausbildung ihrer Kinder zu investieren. Auf diese Weise wären sie produktiver und besäßen ein größeres Potenzial als Kinder aus traditionellen Familien mit 3, 4 oder 5 Kindern. Aber klar ist, wer gar keine Kinder hat, kann in diese auch nichts investieren. Weniger Menschen bedeuten aber auch weniger Bedarf an natürlichen Ressourcen. Billigeren Wohnraum, weniger Umweltverschmutzung und so weiter eine Menge Kosten entfallen. Und als ob das noch nicht genug wäre, ist der demografische Zusammenbruch noch nicht sicher. Die Bevölkerung wird vielleicht ein paar Jahrzehnte lang sinken, aber es ist möglich, dass die Zukunft wieder zunimmt. Evolutorisch betrachtet ist das auf und ab schließlich das Allernormalste. Die Zukunft muss also durchaus nicht düster sein. Gut, aber was ist mit dem Ende der Ideen? Ist es nicht so, dass es immer schwieriger wird, innovativ zu sein? Weil unsere Welt einfach schon zu komplex geworden ist? Nun, es stimmt, dass es in mancher Hinsicht schwieriger ist, innovativ zu sein als noch vor Jahrzehnten. Andererseits stimmt es aber auch, dass wir heute über viel mehr Ressourcen zu verfügen, um dies anzugehen. Zumal, wenn wir in der Zeit zurückgehen und mit einer Person aus dem 20. Jahrhundert sprechen würden, würde die auch denken, dass alles schon erfunden wurde und die Welt viel zu komplex sei. Grundsätzlich ist es nämlich sehr, sehr kompliziert, sich Erfindungen vorzustellen, die noch nicht existieren. Ein Beispiel dafür sind diese von National Geographic veröffentlichten Bilder, die von Menschen aus dem 19. Jahrhundert gezeichnet wurden. Diese sollten sich vorstellen, wie das Leben im Jahr 2000 aussehen würde. Keiner von ihnen war in der Lage, die großen Entwicklungen in den darauffolgenden Jahrzehnten zu erraten. Sie konnten sich lediglich vorstellen, wie sich die Welt, in der sie bereits lebten, geringfügig verändern würde. Ihr Verstand war nicht in der Lage, auch nur annähernd zu erahnen, was alles auf sie zukommen würde. Und dies scheint wirklich eine Grundregel des menschlichen Verstands zu sein. Sicherlich passiert bei uns gerade etwas ähnliches. Auch wir denken, dass alles schon erfunden wurde, aber nur, weil das noch nicht Erfundene so schwer vorstellbar ist. Gut, natürlich gibt es vage Prognosen für die absehbare Zukunft. Man muss sich eigentlich nur umsehen. Es gibt viele Bereiche in unserem alltäglichen Leben, in denen unsere Verfahren noch sehr ineffizient sind. Da schreit es geradezu nach Neuerungen bzw. nach der Umsetzung des bereits Erfundenen. Denkt nur an die Weise, wie wir Energie gewinnen oder Grundnahrungsmittel erzeugen. Auch im Bereich Digitalisierung und Computertechnik ist das Ende der Fahnenstange sicher noch nicht erreicht. Da ist noch einiges in der Pipeline, das für viele Überraschungen sorgen wird und unsere Produktivität steigert. Von künstlicher Intelligenz über Quantencomputer und Genmedizin bis hin zu Fernzielen wie Fusionskraft oder der Synthetisierung von Nahrungsmitteln aus der Luft. Wie Ihr seht, sieht es also alles andere als nach einer Apokalypse aus. Das Wichtige ist dabei, wir sollten uns nicht ablenken lassen, weder von pessimistischen noch von überschwänglich optimistischen Theorien. Denn eine Sache ist klar. Die gerade gezeigte Grafik scheint eindeutig zu sein. Das Produktivitätswachstum hat sich verlangsamt. Das ist ein Fakt. Unsere Produktivität wächst nicht mehr exponentiell, so wie es noch bis in die 1980er-Jahre der Fall gewesen war. Ist das also die Bestätigung dafür, dass die pessimistischen Theorien doch richtig liegen? Oder hat diese ganze Sache vielleicht einen kleinen Haken? Nun, genau dieses Rätsel werden wir jetzt auflösen. Was sagen uns die Daten eigentlich? Wie beim Moorischen Gesetz haben viele Wirtschaftswissenschaftler immer geglaubt, dass die Produktivität unserer modernen Gesellschaften exponentiell wachsen würde. Dieses exponentielle Wachstum ist die blaue Linie aus der letzten Grafik. Das war natürlich vor allem ein erwarteter Trend, der sich dann als falsch herausstellte. Aber nicht nur das. Im Jahr 2022 zeigte eine detaillierte Analyse, dass zu keinem Zeitpunkt nie ein exponentielles Wachstum der Produktivität vorgelegen hatte. Das Paper zeigte, dass die Produktivität linear, das heißt entlang einer geraden Linie, wuchs. Eine gerade Linie aber, die zu bestimmten Zeitpunkten in der Geschichte vertikaler wurde, was zu einem schnelleren Wachstum der Volkswirtschaften führte. Diese Momente des Wandels fallen mit den großen technologischen Revolutionen der Geschichte zusammen, zum Beispiel mit der ersten und zweiten industriellen Revolution, die durch die beiden roten Linien in der Grafik dargestellt werden. Aber schauen wir uns vor diesem Hintergrund auch nochmal den Grafen der Produktivitätsveränderung an. Wie Ihr seht, passt ein geradliniges Wachstumsmodell insgesamt viel besser zu den Daten als das exponentielle Wachstumsmodell. Mit anderen Worten, wir haben unseren Produktivitätsfortschritt nicht wesentlich verlangsamt. Wir befinden uns immer noch auf der geraden Trendlinie. Eine Linie, die seit den 1930er Jahren mehr oder weniger stabil ist. Die Frage ist daher vielmehr, wird es in Zukunft noch einen Wachstumsschub, eine Wachstumsphase geben, eine Periode mit einer noch senkrechteren Linie? Nun, wahrscheinlich ja, falls es zu einem weiteren großen Technologieschub kommen sollte. Das ist etwas, das seit der industriellen Revolution in Abständen von 1 bis 200 Jahren stattgefunden hat. Es ist also durchaus möglich, dass wir wieder eine neue Ära der großen Expansion erleben werden. Und wenn wir diesen ganzen statistischen Kram mal beiseite legen, gibt es noch mehr spannende Aussichten. Ein oft nicht berücksichtigter, aber trotzdem wichtiger Punkt ist, dass die von uns verwendeten wirtschaftlichen Messgrößen, wie das PIP oder der VPI, schon vor Jahrzehnten entwickelt wurden. Ihr Zweck war es, Volkswirtschaften zu untersuchen, die vor allem auf Produkten wie Weizen, Stahl oder Schuhen basierten. Und was ist falsch daran? Naja, die Messung neuer Branchen und der heutigen technischen Entwicklung ist mit den alten Verfahren gar nicht so einfach. Ein Beispiel. Es ist sehr schwierig, die Auswirkungen kostenloser Angebote wie Wikipedia, YouTube, Google Maps oder WhatsApp auf das gesellschaftliche Wohlergehen zu messen. Wie viel Wohlstand und Komfort bringt es mit sich, mit der ganzen Welt in Kontakt zu sein, praktisch ohne Kosten und unabhängig von der Entfernung? Es ist sehr schwierig, mit groben Maßstäben wie dem BIP zu berücksichtigen, dass wir in Geschäften und Supermärkten eine immer größere Produktvielfalt haben, dass wir uns vor 20 Jahren nicht einfach hunderte Filme auf Netflix ansehen konnten und dass es natürlich insgesamt mehr Informations- und Unterhaltungsquellen gibt, wie z.B. YouTube. All das ist nicht direkt in BIP enthalten und daher auch nicht in den Produktivitätsmessungen. Stattdessen misst das BIP auch jede Menge Mist, z.B. die Kosten des Staatsapparates. Und diese haben ja nur sehr selten etwas mit dem Wohlstand der Gesellschaft zu tun. Wir haben das mal in einem Video auf VisualPolitik erklärt, ich werde es euch verlinken. Vor 50, 100 oder 200 Jahren war alles, was produziert wurde, mit enormen Kosten verbunden, die sich nicht im BIP niederschlugen. In der Vergangenheit sind die Volkswirtschaften stark gewachsen, doch nicht ohne einen Preis. Das Wachstum erzeugte Umweltverschmutzung, griff die Ozeane an, vergiftete die Atmosphäre, zerstörte die Ozonschicht und ließ Resistenzen gegen Arsenimittel entstehen. Kurz gesagt, das frühere Wirtschaftswachstum war nicht so fantastisch, wenn wir all diese Kosten mit einbeziehen. Aber gleichzeitig sind wir jetzt in der Lage, mit immer weniger Schadstoffen zu produzieren, zu recyceln und unsere Umwelt besser zu schützen. Mit anderen Worten, wir sind in der Lage, unseren Wohlstand besser zu erhalten. Ohne den technischen Fortschritt der letzten Jahre wäre das nicht möglich gewesen. Doch auch dieser Fortschritt selbst ist nicht direkt in den BIP oder Produktivitätsstatistiken enthalten. Und auch nicht seine Kosten. Denn ja, auch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist alles andere als nachhaltig. Sie führte ja schließlich zu gesellschaftlicher Entfremdung, dem Zerfall von Familien und Kinderlosigkeit. Auch dies ist eine Rechnung, die die Gesellschaft irgendwann begleichen muss. Das BIP ist ein gut erhebbares und pragmatisches Maß. Aber man sollte es nicht überinterpretieren. Es ist nur ein Modell. Es ist nicht die Realität. Und es bildet auch nicht die Realität ab. Und das passt ja auch generell zur zentralen Schlussfolgerung dieses Videos. Die Zukunft ist voller Herausforderungen, die zweifellos komplex sind. Trotzdem ist nicht alles so düster, wie es manchmal scheint. Panik oder fatalistische Endzeitstimmung sind immer schlechte Ratgeber. Und besonders Statistiken sagen isoliert, also für sich genommen, so gut wie nichts aus. Sie müssen immer innerhalb eines Kontextes interpretiert werden. Und dabei schadet es nicht, den Optimismus nicht zu verlieren. Gut, aber nach diesem kurzen Wort zum Sonntag seid erstmal wieder ihr an der Reihe. Denkt ihr, dass es eine klare Grenze für das Wirtschaftswachstum gibt? Seid ihr eher optimistisch oder pessimistisch eingestellt, was unsere nahe Zukunft angeht? Gibt es noch weitere wichtige Argumente, die wir in diesem Video nicht angesprochen haben? Wie immer sind wir auf eure Diskussion zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, gebt es mit euren Freunden und diskutiert es mit ihnen. Vergesst bitte auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, unbedingt mit Glöckchen, denn erst dieses stellt das eigentliche Abo dar. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch mit uns selbst, dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis bald! Bis zum nächsten Mal!